Kapitel 14 Ich ließ meine Frustration an dem unschuldigen Telefon aus und pfefferte es auf dem Boden. Genau in diesem Augenblick erreichten Danny und Tyler beladen mit Vorräten unseren äußerst provisorischen Lagerplatz. Mein Vater hatte gewusst, dass er, wäre er in der Leitung geblieben, wahrscheinlich meine ganze Kooperationsbereitschaft aufs Spiel gesetzt hätte. Ich hätte ihm seine Idee mit dem zeitweiligen Alpha-Wechsel schon noch ausgeredet. Also hatte er mir keine Gelegenheit dazu gelassen. So wollte er es. Wenn ich ihn jetzt zurückriefe, würde er das Gespräch sicher gar nicht erst annehmen. Mist! Meine Wölfin knurrte und zeigte mir uns als Alpha. Das ist nicht sonderlich hilfreich, verdammt! Wir sind kein Alpha. Ich fühle mich nicht als Alpha. Sie rief mir das Bild von der Schatulle in Erinnerung und wie wir vor Energie geglüht hatten. Ich erinnere mich und ich hab's verstanden, schließlich hab ich es gespürt. Sie kläffte und zeigte mir das Bild erneut. Ich schaute genauer hin und da sah ich es. Sie zeigte mir keinen Alpha. Es war etwas anderes. Emotional ahnte ich, was sie mir damit verdeutlichen wollte, konnte es aber rational nicht erfassen. Ich bekam keine Gelegenheit mehr, mich näher mit ihr und dem Bild zu beschäftigen. Tyler kam auf mich zugerannt. Er nahm mich bei den Schultern. Bin ich froh, dass du endlich wieder wach bist. Echt, das war voll der Wahnsinn. Und gleichzeitig war es so schräg, dass du mich zu Tode erschreckt hast. Lass das in Zukunft lieber, ja? Dich in Gefahr zu sehen ist, als würde man zuschauen, wie jemand einen Welpen ertränkt. Ich musterte ihn forschend, brachte aber kein Wort heraus. Er würde mit Dads Entscheidung nicht glücklich sein, und ich wollte unsere Beziehung zueinander nicht aufs Spiel setzen. Ich liebte meinen Bruder. Was ist los? Sein Blick ruhte auf mir, und Tyler las in meinem Gesicht wie in einem offenen Buch. Dann sah er auch noch das Telefon im Dreck liegen. Du hast mit Dad gesprochen. Er ließ meine Schultern los. Als ich nicht antwortete, fragte er mich über unsere Gedankenverbindung. Was ist los? Geht es dir nicht gut? Haben sich Komplikationen eingestellt, wegen des Gifts, meine ich. Ist es immer noch in dir? Die Biester hingen überall an dir. Ich war nicht sicher, ob du es schaffen würdest, obwohl du ja so steif und fest behauptet hast. Mir geht's gut. Und es geht nicht um das Gift, aber es gibt tatsächlich ein Problem. Ich wollte nicht länger drum herum reden. Nicht in dieser Sache. Hier ging es um Dinge von großer Wichtigkeit. Ich räusperte mich und sprach jetzt auf normalem Weg mit Danny und Tyler. Also, es scheint, dass unser Vater die Parteinahme der Unterwelt in dieser Sache beunruhigt. Setzen wir unseren Weg fort, bekommen wir seinen Segen nur unter einer ganz bestimmten Bedingung, die wir auf seinen Befehl hin erfüllen müssen. Und die lautet? Fragte Danny. Ich bin sofort bereit, mit dem anderen die Vorhut für dich zu machen. Sollten wir wieder auf Dämonen stoßen, wovon mit Sicherheit auszugehen ist, treffen wir dann zuerst auf sie. Selbst wenn wir das nicht überleben, haben wir dir wenigstens den Weg freigemacht und du kommst besser voran. Ich schüttelte den Kopf. Nein, darum geht es nicht. Jetzt spuck's schon aus, sagte Tyler und sah mich mit zusammengeknüpfenen Augen an. Mach's nicht so spannend. Ähm, anscheinend, ich räusperte mich erneut. Ich hatte ein Kloß im Hals von der Größe einer Grapefruit. Ist der besonders daran gelegen, dass ihr euch wieder wandeln könnt? Und ihr sollt eure ganze Kraft und Stärke nutzen können. Er meint, das wäre nötig, wenn wir gegen Selene und die Unterwelt im Doppelpack in die Schlacht ziehen. Das leuchtet mir ein, meinte Tyler sofort. Aber wie bewerkstelligen wir das? Wir sind eingeschworene Selektivhelfer. An diesen Eid sind wir gebunden. Und wir dürfen uns nicht wandeln. Ich straffte die Schultern und holte Tiefluft. Wir brechen ihn, erklärt er. Das leuchtete ich mit fester Stimme. Mein Tonfall ließ mehr Zuversicht erkennen, als ich tatsächlich verspürte. Tylers Blick hing an meinem Gesicht, während sich seine Miene veränderte. Eben noch hatte er lebhaft gewirkt. Jetzt überwog deutlich Anspannung. Was genau hat Dad denn nun gesagt? Raus damit! Wie soll das seiner Ansicht nach gehen? Schließlich ist er nicht hier, um uns von dem Schwur zu entbinden. Mein Bruder kannte sich gut aus, was die Gesetze des Rudels angingen. Nur der Alpha selbst, der dafür persönlich anwesend sein musste, konnte dergleichen tun. Wahrscheinlich war dafür wieder der Austausch von Blut notwendig. Er will, dass ihr stattdessen mir einen Eid schwört, sprudelte ich hervor. Denn sobald ihr das tut, sind die zuvor geleisteten Eide hinfällig. Dir einen Eid schwören? Erkundete sich Danny erstattet. Was für ein Eid soll das denn sein? Welcher Eid kann einen ersetzen, den man dem Alpha gegenüber ablegt? Außer... Außer du sprichst vom treue Gelübnis auf den Alpha. Ist das so? Ja? Ich verzog das Gesicht und Danny begriff sofort. Himmel! Ja, tust du! Euer Vater will, dass wir dir Gefolgschaft schwören, mit Blut besiegelt und gebunden. Euer Vater will dich zu unserem Alpha machen. Danny grinste spitzbübisch. Ich bin dabei. Danny, bemerkte ich und seufzte tief. Wie wär's mit ein bisschen Denkarbeit? Gott, du könntest diese Neuigkeit zumindest einen Moment auf dich wirken lassen, ehe du einwilligst. Das ist eine große Sache. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Ihr habt doch beide mitbekommen, zu was mein Blut in der Lage ist. Wirken lassen ist echt nicht nötig, erklärte Danny mit einer Sicherheit, die mir gänzlich abging. Also ich sehe die Sache so. Vor allem geht es mir darum, meinen eigenen Arsch zu retten und deinen dabei zu beschützen. Das ist der einzig vernünftige Weg, um beides zu erreichen. Wenn wir wieder zu Hause sind, leisten wir wieder eurem guten alten Dad-Gefolgschaft. Alles ist wieder beim Alten und wir haben ein echtes Abenteuer hinter uns gebracht. Oder etwa nicht? Der Gefolgschaftseid kann nur klappen, wenn deine Wölfin unseren Wölfen im Rang überlegen ist. Ganz offensichtlich hatte Tyler mit Dads Befehl Schwierigkeiten, obwohl er wusste, dass er von seinem Alpha kam. Die Sache schmeckte ihm nicht. Sich einer Weiblichen zu unterwerfen, war ein Tiefschlag, wie er ihn noch nie hatte einstecken müssen. Bis jetzt. Er versuchte damit umzugehen wie ein Champion. Deine Wölfin ist Dennys Wolf im Rang überlegen, aber nicht meinem. Wölfe spüren Stärke und Macht. Unser Rang ist Teil der Aura, die uns umgibt. Immer und jederzeit. Wir haben doch darüber gesprochen, kurz bevor wir aufgebrochen sind. Selbst wenn du tatsächlich im Rang über mir stündest, riechst du nicht wie ein Alpha. Der Gefolgschaftseid kann so nicht klappen, ganz sicher nicht. Genau darauf wollte auch Dad hinaus, erklärte ich ihm gedanklich. Niemand außer ihm sollte hören, was ich meinem Bruder zu sagen hatte. Er ist der Meinung, es habe nichts mit Rang zu tun. Er glaubt an die Prophezeiung und meint daher, dass es klappen sollte, weil ich Lykanerin bin und wir beide als Geschwister einander eng verbunden sind. Dieser Gefolgschaftseid ist kein Schwanzlängenvergleich, bei dem es darum geht, wer von uns beiden mehr Mumm in den Knochen hat. Es ist nur eine Überlebensstrategie, um uns als gemeinsam handelnde Gruppe, als echtes Team, stärker und schlagkräftiger zu machen. Dad meint, wir beide hätten eine einzigartige Verbindung zueinander. Die zu spüren, ist alles, worum ich dich bitte. Bitte gib dir einen Ruck und such eine andere Lösung, damit wir unseren Weg endlich fortsetzen können. Wir haben meinetwegen bereits einen ganzen Tag verloren. Haben wir nicht, widersprach mir mein Bruder. Die Vampire mussten schlafen und ich weiß echt nicht, wovon du da redest. Was soll ich spüren? Alles, was ich spüre, ist, dass du meine rangniedrigere Schwester bist. Deine Stärke schreckt mich nicht. Wenn dem so wäre, müsste ich das Verlangen haben, mit dir um meinen Rang zu kämpfen oder mich dir zu unterwerfen. Ich müsste etwas spüren, eine Art Sog, eine gewisse Anziehungskraft, Einflussnahme auf mich. Aber stattdessen kommt gar nichts von dir rüber. Vielleicht ist es das. Der Umstand, dass du nichts spürst. Es ist nicht merkwürdig, dass du von mir keinerlei Signale empfängst. Vielleicht macht unsere geschwisterliche Bindung zueinander die Rangfolge zwischen uns bedeutungslos. Und wäre dem so, wäre das ja so eine Erleichterung. Er musterte mich einen Moment lang. Keine Frage. Er war verunsichert. Tja, möglich wär's. Von der Seite habe ich es bisher noch nie gesehen. Aber richtig, es ist schon merkwürdig, dass ich nicht das Bedürfnis habe, mit dir um die Rangfolge zu streiten. Wie wär's, wenn du noch einmal versuchen würdest, meinen Geruch genauer auszudifferenzieren? Du hast immer behauptet, ich röche irgendwie komisch. Vielleicht hat dieser komische Geruch ja etwas damit zu tun. Tief sog er Luft ein. Flämte. Damit die so inhalierten Duftspuren über seine Zunge rollen und er sie schmecken konnte. Er schüttelte den Kopf. Du riechst genau wie immer. Genau derselbe seltsame Geruch. Aber da ich nicht einordnen kann, was ich rieche, weiß ich auch nicht, was ich mit diesem Geruch anfangen soll. Schließlich habe ich noch nie zuvor eine weibliche wie dich gerochen. Dein Geruch hat eine Unternote von Ozon oder etwas ähnliches. Ozon? Das hatte ich nicht erwartet. Ich versuchte eine neue Taktik. Luke, du musst ja nicht bei mir bleiben. Dad kann dich nicht dazu zwingen, mir Gefolgschaft zu schwören. Ich weiß, dass Selektivhelfer jederzeit von ihren Aufgaben entbunden werden können. Von Anfang an war mir klar, dass meine Suche nach Luke keine leichte Sache werden würde. Aber ich habe weder dich noch Danny in Gefahr bringen wollen. Der Gedanke, ihr beide könntet meinetwegen draufgehen, macht mich ganz krank. Ich verlasse dich nicht, rief er laut und ihm war anzusehen, wie erschreckend er meinen Vorschlag fand. Dann haben wir keine andere Wahl, hielt ich dagegen. Dad sagt, wenn wir weiter wollen, geht das nur über den Gefolgschaftseid oder gar nicht. Für etwas anderes gibt er seine Zustimmung nicht. Und ich bin auch der Meinung, dass ihr eure volle Kraft und Stärke braucht, wenn ihr eine Überlebenschance haben wollt. Danny klopfte Tyler freundschaftlich auf den Rücken. Wird schon schief gehen, Kumpel. Es ist dir nur für kurze Zeit, danach kommt alles wieder ganz schnell ins alte Lot. Niemand wird dir einen Strick daraus drehen, dass du deine Schwester hast beschützen wollen. Immerhin ist sie von deinem Blut. Wenn der Alpha befiehlt, vor ihr den Schwur abzulegen, tu es. Tyler starrte mich an. In seinen Augen blitzte es gefährlich. Der Wolf war unruhig. Von mir aus. Aber ich bleibe dabei. Es wird nicht funktionieren, weil es das gar nicht kann. Der Blutbund ist nichts Materielles, sondern Magie. Wählt man seinen Alpha und überantwortet sich ihm, muss dessen Blut zwangsläufig größere magische Macht besitzen. Die eigene magische Energie wird es sofort bemerken. Und sie wird sich nicht an eine schwächere Magie binden. Ganz ehrlich? Probieren wir es und es funktioniert nicht. Bin ich die Erste, die darüber erleichtert ist, gestand ich. Aber dann haben wir unser Bestes getan und können die Suche nach Hug fortsetzen. Wenn mein Vater befahl es zu tun und wir taten wie geheißen, aber es funktionierte nicht, konnte uns niemand die Missachtung von ehrenen Gesetzen vorwerfen. Also, wie liegt man ihn nun ab, diesem Gefolgschaftseid? Tyler schlüpfte aus dem Rucksack und stellte ihn auf den Boden ab. Dann griff er nach seinem Gürtel. Es ist keine sonderlich komplizierte Zeremonie. Wie gesagt, das Blut ist es, das den Bund herstellt. Man selbst hat nicht viel zu tun. Man spricht die Eidesformel, Worte und Blut werden eins und dann vollzieht sich die Bindung oder eben nicht. Das ist der Grund, warum Alpha-Wölfe von sich aus keine Anhänger um sich scharen. Alpha muss man sein. Der Rest ergibt sich von selbst. Es gibt nur wenige im Rudel, die sich überhaupt zum Alpha eignen. Neugierig geworden kamen nun auch Naomi und Ray näher. Aber sie schwiegen, kommentierten nichts, stellten keinerlei Fragen. Kurz überlegte ich, was ihnen wohl gerade so durch den Kopf ging. Erst jetzt fiel mir auf, dass Naomi ohne Emmen erschienen war. Vielleicht hatte er seine Drohung wahrgemacht und unsere kleine Expedition wortlos verlassen. Tyler und Danny stellten sich so auf, dass wir drei in etwa einen Kreis bildeten. Mein Bruder zog das Jagdmesser aus der Scheide an seinem Gürtel. Sprich mir einfach die Worte nach, die ich... Nein, halt! Ich packte ihn am Handgelenk. Ganz unerwartet verspürte ich Angst, wie einen Stich mitten ins Herz. Meine Wölfin heulte. Etwas veränderte sich gerade. Ich hatte keine Ahnung, was das war, aber es fühlte sich an, als ob es wichtig wäre. Tyler, sagte ich, und mein Tonfall klang selbst in meinen Ohren ein wenig verzweifelt. Du musst mir versprechen, dass du es nur tust, wenn du es wirklich willst. Von dir aus. Wenn das Ganze nicht funktioniert, auch in Ordnung, aber keiner von uns weiß, was mein Blut in euch bewirkt. Wir alle müssen einander versprechen, dass wir mit den jeweiligen Folgen zurechtzukommen bereit sind. Ich will nicht, dass der Gefolgschaftseid uns beide entzweit. Schlagartig wechselte Tylers Augenfarbe von Braun zu Bernsteinfarben. Er war aufgewühlt. Verstanden. Jess, mach dir keine Sorgen deswegen. Ich glaube zwar nicht, dass du ein Alpha bist. Aber ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht, was du bist. Also bin ich dazu bereit, es zumindest zu versuchen. Was immer geschieht, geschieht. Aber ich verlasse dich nicht. Und Dad hat recht. Wir haben keine Chance, wenn wir nicht die Spielregeln ändern. Seit die Unterwelt mit von der Partie ist, haben sich die Einsätze in diesem Spiel gewaltig geändert. Ich tue das aus freien Stücken und ich bin bereit, mit den Folgen zu leben. Wenn du kein richtiger Alpha bist, warf Danny ein. Würde ich für meinen Teil gerne wissen, was du dann bist. Also weißt du, ich hatte ehrlich nicht mehr so viel Spaß, seit ich in den Whitehall-Palast eingestiegen bin, um Königin Elisabeth eine heiße Überraschung zu bereiten. Damals war sie mit diesem Blödmann Dudley liiert, aber kaum, dass er weg vom Fenster war, war sie wie Wachs in meinen Händen. Das war schon eine besondere Romanze, die wir zwei danach hatten. Ich habe mir immer gern eingebildet, sie hätte meinetwegen nie geheiratet. Er zwinkerte mir zu und senkte den Blick auf sein Gemächt. Danny, du überraschst mich immer wieder. Die Königin von England? Die, nach der ein ganzes Zeitalter benannt ist? Ich schüttelte den Kopf. Danny war wie kein Zweiter in der Lage, eine Situation die angespannte Atmosphäre zu nehmen. Gerade jetzt war ich ihm dafür sehr dankbar. Also okay, sagte ich und ging damit wieder zur Tagesordnung über. Dann mal los. Ich ließ Tylers Handgelenk los. Er hob die Klinge und sagte, Ich spreche dir die Eidesformel vor, während ich einen Schnitt in Dannys Handfläche setze. Er soll dir als erster Gefolgschaft geloben. Und das ist die ganze Zeremonie? Sonst ist nichts weiter nötig? Fragte ich. Das kommt mir arg schlicht vor. Mehr ist nicht nötig, nein, bekräftigte Tyler. Die richtigen Worte und das richtige Blut, das ist alles. Bist du bereit? Ja, antwortete ich, so bereit wie möglich. Vor meinem inneren Auge sah ich, wie meine Wölfin hin und her lief. Aber es war keine Unruhe, sondern Ausdruck geduldigen Abwartens. Weißt du, was passieren wird? Sie schnappte mit der Schnauze in die Luft, dann hob sie den Kopf. Ich deutete das als vielleicht. Tyler sprach mir die Worte vor. Mit Leib und Geist erfrage ich von dir. Er schnitt Danny in die Handfläche und ich wiederholte die Worte. Mit Leib und Geist erfrage ich von dir. Gelobst du mir Gefolgschaft aus freien Stücken? Gelobst du mir Gefolgschaft aus freien Stücken? Fragte ich Danny und blickte ihm direkt in die Augen. Danny antwortete. Aus freien Stücken gelobe ich dir Gefolgschaft mit Leib und Seele. Er senkte den Blick zum Zeichen seiner Unterwerfung. Ich streckte meine Hand aus und Tyler führte die Klinge auch über meine Handfläche. Er schnitt tief und vor Überraschung zuckte ich ganz leicht zusammen. Dann sprach ich die Worte nach, die Tyler mir vorsagte. Durch das Blut, das sich mischt, sind wir einander verbunden. Mit diesen Worten griff ich nach Denny's Hand, damit Schnitt auf Schnitt zu liegen käme. Tyler nannte den letzten Satz der Eidesformel. Meines Rodels Teil bist du. Ich bin dein Alpha. Meines Rodels Teil bist du. Und ich bin dein Alpha, rezitierte ich. In der Sekunde, da sich unsere Handflächen berührten und mein Blut mit Denny's in Kontakt kam, fuhr ein Energiestoß durch mich hindurch. Alles Denken war wie ausgelöscht und ich handlungsunfähig. Wie ein Lichtbogen sprang die Energie auf Denny über und von ihm wieder zurück zu mir. Mein lieber Schwan, brüllte Denny. Die Verbindung war derart stark, dass die sich entladene Energie uns beide rücklings taumeln ließ und ich Denny's Hand loslassen musste, so wie er meine. Ich fing mich und beugte mich vor, die Hände auf die Oberschenkel gestützt und schnappte erst einmal nach Luft. Denny hatte es von den Füßen gerissen. Ich hob die Hand und begutachtete meine Handfläche. Der Schnitt war bereits vollständig verheilt. Ich wandte den Kopf und suchte Tylers Blick. Ist das immer so? Scheiße, nein, entfuhr es ihm fassungslos. Denny, was ist passiert? Was hast du gespürt? Ohne große Anstrengung erhob sich Denny und wischte sich den Dreck von der ebenfalls wieder verheilten Handfläche. Er blickte mich an und seinen Mund zuckte es. Das war der Hammer! So etwas habe ich wirklich noch nie erlebt. Selbst jetzt spüre ich noch dein Blut, heiß wie geschmolzenes Glas durch meine Adern fließen. Es ist vollkommen anders als das Blut eures Vaters. Er wandte sich an Tyler, der wissensdurstig auf mehr Details wartete. Du hattest recht. Es ist ein Band von ganz anderer Beschaffenheit. Aber was ist denn nun? bohrte Tyler nach. Kein blassen Schimmerkumpel. Aber ich bin wie elektrisiert. Ich fühle mich, als könnte ich es mit der ganzen Welt aufnehmen. Gib mir nur noch ein bisschen Zeit, dann bin ich sogar bereit, dich herauszufordern. Er ballte die Fäuste und öffnete sie wieder. Tyler war bestürzt. Du willst mit mir kämpfen? Um die Rangfolge? Echt? Mein Wolf weiß ganz genau, wie stark du bist. Und momentan bin ich dir kräftemäßig überlegen. Danny lachte. Für alles gibt es ein erstes Mal, nicht wahr? Tylers Gesichtsausdruck wechselte schlagartig, als sein Wolf Dannys Kraftpotenzial zum ersten Mal witterte. Teufel aber auch, hauchte er. Tja, warten wir es ab, wie wir zueinander stehen, wenn du ihr Blut in dir hast, frotzelte Danny. Aber selbst wenn sie kein Alpha ist, ist sie jetzt eindeutig meine Leitwölfin. Meine Bindung an euren Vater wurde in dem Augenblick gelöst, in dem ihr Blut mir die Hand versenkt hat. Ich richtete mich auf und blickte Tyler geradewegs in die Augen. Wir lassen das. Ich kann dir unmöglich mein Blut geben. Tyler schien immer noch verstört. Tyler, sagte ich und wedelte mit der Hand vor seinem Gesicht. Hallo? Wir rufen Dad an und schildern ihm, was passiert ist. Er wird uns nicht zwingen, den Gefolgschaftseid zu vollziehen. Es ist viel zu riskant. Tyler starrte mich an, blinzelte ein paar Mal und erwiderte dann... Also dann erlässt er es uns. Okay, aber was dann? Es gibt keine Möglichkeit, meinen Schwur als Selektivhelfer zu brechen, außer es auf genau diese Weise zu tun, nämlich indem ich dir Gefolgschaft schwöre. Ich habe dir schon gesagt, dass ich dich nicht alleine weitergehen lasse. Eigensinnig presste er die Lippen aufeinander. Wir ziehen das jetzt durch. Vor Überraschung klappte mir der Kiefer herunter. Das ist nicht dein Ernst. Ich habe gerade Danny mit ein paar Tropfen Blut zu Boden geschickt. Wir machen es nicht, Punkt. Wäre ich immer noch fünf Jahre alt, hätte ich jetzt mit dem Fuß aufgestampft. Jazz, entgegnete Tyler mit tiefer, leiser Stimme. Ich habe es jetzt endlich begriffen. Das, was Dad gemeint hat. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Was meinst du mit endlich? Wir reden darüber seit ziemlich genau drei Minuten, widersprach ich. Was kannst du in derart kurzer Zeit herausgefunden haben? Außer vielleicht, dass mein Blut gefährlich für andere ist und ich ein Schild um den Hals tragen sollte mit der Aufschrift Abstand halten. Dannys Geruch hat sich verändert. Er zeigte auf seinen Freund. Er verströmt jetzt eine mehmale Spur Ozon. Es ist nur ein Bruchteil von dem, was deine Witterung ausmacht, kaum wahrnehmbar. Aber es ist unverkennbar. Ich schnüffelte, was völlig sinnlos war. Ich roch das Ozon nicht an mir selbst. Ich würde diese Note an Danny ebenso wenig wahrnehmen, denn auch an ihm war es mein Geruch. Wenn man sich an seinen Alpha bindet, riecht man danach normalerweise nicht wie der Alpha. Ach ja, meinte ich schnippisch. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Es heißt, dass du dich von einem Alpha unterscheidest, genau wie ich es von Anfang an gesagt habe. Danny hat etwas von dir jetzt in sich. Das bringt mich zu folgendem Schluss. Wir brauchen den Gefolgschaftseid nicht zu leisten, damit die Sache zwischen uns funktioniert. Wie bitte? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr, beschwerte ich mich und stemmte die Hände in die Hüften. Wie zum Teufel kommst du darauf? Das kannst du doch gar nicht wissen. Ich jedenfalls stehe immer noch voll auf dem Schlauch. Ich weiß es, weil ich mich ein bisschen mit Genetik auskenne. Schon bei normalen Geschwistern ist das Erbgut oft sehr ähnlich. Wir sind Zwillinge, wenn auch Zweieige, und sind zur gleichen Zeit im gleichen Mutterleib herangewachsen. Das heißt, wir werden uns nicht nur genetisch wirklich ähnlich sein, sondern auch epigenetisch. Und was bedeutet das jetzt? Das heißt, dein Blut ist meinem so ähnlich, dass es bei mir längst nicht so viel auslösen wird wie bei Danny. Und weil du kein Alpha bist, gibt es auch keinen Grund für den Gefolgschaftsschwur. Aber erst als wir die Eidesformel ausgesprochen haben, hat es Danny weggerissen. Davor ist nichts passiert, wagte ich anzumerken. Danny gluckste. Also, weggerissen ist ein bisschen arg dramatisch. Ein, sagen wir, ein Energiestoß besonderer Heftigkeit, der allerdings nicht länger als einen Sekundenbruchteil gedauert hat, hat mich kalt erwischt und hinten überfallen lassen. Aber wie du siehst, habe ich mich vollständig von diesem Schrecken erholt. Nein, im Gegenteil. Ich fühle mich besser denn je. Danny hat bisher keinerlei Blutsbande an dich gehabt, erklärte Tyler. Lass es mich so ausdrücken, Jess. Wir zwei sind zu eng miteinander verwandt, um uns im Rang zu unterscheiden, verstehst du? Du warst auf der richtigen Spur. Der Schlüssel zu allem ist, dass dein Geruch in mir nichts auslöst. Wenn wir jetzt Blut miteinander mischen, wird die Verbindung zwischen uns die höchste mögliche Ebene erreichen. In seinen Augen blitzt es Bernsteinfarben. Dein Blut wird bei meinem genug Veränderungen auslösen, um die eingeschworene Verbindung zu meinem Alpha zu unterbrechen, was Dad dann auch sofort spüren wird. Wie kannst du dir da so sicher sein zum Henker? Weil du nicht auf dieselbe Weise mit Dad verbunden bist wie ich. Bist du in deiner Lykaner-Gestalt, kann er dich nicht erreichen und auch nicht kontrollieren. Tyler fuhr sich durchs Haar und seufzte tief, offenkundig frustriert. Keine Ahnung, warum ich so lange gebraucht habe, um das zu begreifen. Etwas von der Magie in deinem Blut muss irgendwie die Alpha-Bindung verhindern. Jedenfalls gibst du genau das an mich weiter, wenn wir unser Blut mischen. Also für mich, mein Lieber, klingt das immer noch viel zu riskant, bemerkte ich. Was, wenn du das Band zu Dad nicht mehr erneuern kannst? Tyler zuckte mit den Schultern. Klar, es ist durchaus möglich, dass das passiert. Aber unser Blut zu mischen, kommt mir einfach richtig vor. Wie etwas, das uns die ganze Zeit über gefehlt hat. So fühlt es sich an, verstehst du? Solange Dad lebt, werde ich das Rudel sowieso nicht übernehmen. Aber ich bin immer noch sein Sohn, trage sein Erbgut in mir. Daran kann nichts und niemand etwas ändern. Mal ehrlich, Jess, wenn du um mich herum bist, ist mein Beschützerinstinkt so groß, dass er mich fast handlungsunfähig macht. Das war schon immer so. Seit wir klein waren, bin ich vor Sorge um dich immer fast wahnsinnig geworden. Wenn ich hier jetzt zwischen dir und Dad wählen muss, wähle ich dich. Mit einem Mal schlug mir das Herz bis zum Hals. Tyler, haspelte ich hervor, ohne wirklich zu wissen, was ich sagen wollte. Das ist alles zu viel für mich. Es ist einfach eine Nummer zu groß, als ob du zu viel für mich aufgeben würdest. Ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass du deinen Rang im Rudel verlierst. Aber er hatte recht. Etwas an der ganzen Sache kam auch mir stimmig vor. Doch, richtig in dem Band zwischen uns hatte all die Jahre etwas gefehlt. Bevor ich mir noch mehr Gegenargumente einfallen lassen konnte, hatte Tyler sich die Hand aufgeschlitzt. Den Blick, fest auf sein Gesicht gerichtet, streckte ich ihm die Hand entgegen. Fein säuberlich schnitt er mir in die Handfläche. Dann los, sagte er und nahm meine Hand. Er schloss die Augen und ich folgte seinem Beispiel. In dem Augenblick, in dem unser Blut sich mischte, rasten seine Gefühle wie eine Welle durch mich hindurch. Es war ein Moment großer Klarheit. Alles, was wir als Kinder gemeinsam erlebt hatten, spulte sich mit Lichtgeschwindigkeit vor meinem inneren Auge ab. All die Streitigkeiten, die Raufereien, die Liebe, die Geborgenheit. Tyler hatte recht. Mit ihm mein Blut zu mischen, war ganz anders als mit Danny. Dannys Band zu mir hatte von meiner Seite etwas Besitzergreifendes gehabt und diese Note auch behalten. Mit Tyler verbunden zu sein, fühlte sich vertraut an, wie zu Hause zu sein. Jess, meinte Tyler da, ich kann über dein Blut auch Dads Gefühle empfinden. Sicher geht es ihm gerade genauso. Ganz sicher sogar. Über mein Blut waren wir nun alle drei miteinander verbunden. Es ist alles so lebendig, stellte ich mit leiser Stimme fest. Ich war ganz ergriffen. Heiß wie Sommerhitze flirrte Tyler's Blut in meinen Adern, trug einen Teil von ihm in mich hinein, ebenso wie umgekehrt ich nun über mein Blut in ihm war. Im nächsten Augenblick, es war vielleicht eine Minute vergangen, riss uns ein Energieimpuls auseinander und wir taumelten voneinander fort. Wieder rang ich von übergebeugt nach Atem und musste mich auf den Oberschenkeln abstützen. Tyler war nur ein paar Schritte entfernt. Seine Augen waren wolfsgelb. Die Allverbindung zu Dad ist gelöst, erklärte er. Aber über dein Blut bekomme ich immer noch mit, was er fühlt. Ich nickte. Als Dad und ich den Blutschwur geleistet haben, haben wir uns auch auf einer anderen Ebene der Verbundenheit zueinander wiedergefunden. Über das Blutband zu ihm kann ich seine Gefühle spüren, so wie deine jetzt. Ich spüre auch Danny, aber viel schwächer als Dad und dich. Ich blickte zu Danny hinüber und versuchte ihn mit meinen Gedanken zu erreichen. Danny, kannst du mich hören? Keine Antwort. Also versuchte ich es bei meinem Bruder. Was ist passiert? Ich bin nicht sicher, aber ich fühle mich stärker, genau wie Danny gesagt hat. Alles ist irgendwie verstärkt worden, schwer zu beschreiben, größer, höher, weiter eben. Ich war unglaublich erleichtert, weil die Gedankenverbindung zwischen uns immer noch Bestand hatte. Ich bin froh, dass ich immer noch eine direkte Verbindung zu Dads Gefühlen habe, auch wenn sich die Qualität dieser Bindung sehr geändert hat. Wenn wir wieder zu Hause sind, kümmern wir uns um die Wiederherstellung der Allverbindung und um all das, was daran hängt. Aber jetzt können Danny und ich dich beschützen. Das fühlt sich gut an, Jess. Es war richtig. Zu bedauern gibt es daher nichts. Er wandte sich an Danny und grinste breit. Na, wie sieht's aus? Willst du jetzt mit mir um die Rangfolge kämpfen? Fragte er, hob die Fäuste zur klassischen Boxerpose. Nein, danke, erwiderte Danny. Er tat, als bedauere er das außerordentlich. Anscheinend war meine Dominanzposition dir gegenüber nur von kurzer Dauer. Aber egal, solange wie es angehalten hat, war es ein geiles Gefühl. Vielleicht machen wir es so. Wir kehren ins Habitat zurück und du hängst dich wieder an deinen Daddy, während ich noch ein bisschen bei Jessica bleibe. Das würde mir richtig gut in den Kram passen. Ich ging und holte meinen Rucksack. Wie ich sah, stand Naomi bereits am Waldrand und wartete. Wir hatten unsere Suche ja auch lange genug unterbrochen. Siehst du noch gefügelte Teufel da draußen? Fragte ich sie. Möglicherweise schickte die Unterwelt ein Ersatzkontingent an die Grenze von Selenes Einflussbereich. Naomi wandte sich um und bedachte mich mit einem nachdenklichen Blick. No, antwortete sie. Ich glaube, sie sind fort. Ich hiefte mir den Rucksack auf den Rücken und drehte mich zu Wei um, der die ganze Zeit auf der Kühlbox gesessen und keinen Mucks von sich gegeben hatte. Wer konnte schon wissen, was ihm alles durch den Kopf ging? Ich jedenfalls war an seinen sicherlich tief schürfenden Gedanken herzlich wenig interessiert. Ich hatte nicht einmal mehr genug Energie, um die Fragen zu beantworten, die er mir gewiss gern gestellt hätte. Nicht genug Energie, das war die Ausrede des Jahres. Um Energie ging es hier nicht. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich auf seine Fragen überhaupt keine Antworten hatte. Null, nada. Er stand auf. Also, Hannon, was für nette, kleine Überraschungen erwarten uns denn noch da auf dem Berg? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, Wei, aber keine Sorge. Es dauert nicht mehr lange und wir finden es heraus. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.